Lederach ist ein Familienunternehmen, inzwischen in der dritten Generation, 1962 gegründet worden von meinem Grossvater und zuerst stark im B2B tätig war, hat sich dann in das B2C gewandelt, wo wir heute mit 150 Filialen rund um die Welt herum Schoki verkaufen dürfen. Für uns ist seit jeher die Frische und die Qualität ganz, ganz wichtig gewesen. Schon seit Grossvaters Zeiten hat das eine prominente Stellung in unserer ganzen Firmengeschichte. Und zwar ist es für uns sehr wichtig, dass wir frische Rohstoffe verwenden können, die auch in der Qualität einfach top sind. Und das ist natürlich nicht nur bei den Rohstoffen, sondern auch beim ganzen Herstellungsprozess sehr wichtig und nachher auch in der Logistik. Also wie bringen wir die frischen Produkte möglichst schnell zum Kunden, dass er da die volle Qualität mitbekommt. Als wir uns dann entschieden haben, die Schoki auch selber zu machen, das war 2012. Dort war es uns sehr wichtig, dass wir einen Partner haben, der durch den Ansprüchen, die wir haben bezüglich der Qualität und Frische, aber natürlich auch der Swissness, dass das wirklich zu uns passen tut. Und da haben wir mit Bühler den perfekten Match gefunden für uns und sind seitdem sehr, sehr zufrieden und überzeugt mit der Partnerschaft, die wir haben. 2022 haben wir die Produktion noch erweitert auf der Schoki-Seite. Das heisst, wir haben einen neuen Mischer bekommen, ein neues Zweiwald-Zwerg, ein neues Fünfwald-Zwerg und eine neue Gage. Wir haben die Anlagensteuerungen noch aktualisiert und das ganze Leitungssystem inklusive Kakaobutter-Tank, die wir noch erweitert haben, damit wir die Kapazitäten auf uns zukommen können. Die Herausforderungen, die wir hier bei Lederach hatten, sind ganz klar gewesen. Fünf Wochen Betriebsunterbruch, fünf Wochen Zeit, neues Equipment zu tun, Retrofit zu machen von bestehenden Maschinen plus neue Steuerungskonzepte zu implementieren. Die Automation macht es viel einfacher, um die Anlagen zu bedienen. Das heisst, die neuen Steuerungen sind viel benützerfreundlicher. Man kann natürlich auch die neuesten Entwicklungen mit einbringen. Alle Anlagen sind jetzt gleich zu bedienen. Das heisst, die älteren wie auch die neuen Anlagen sind gleich zu bedienen und das macht es für einen Operator viel einfacher. Für uns ist extrem wichtig, dass wir bei den ambitiösen Zielen, die wir haben, dass wir eben die Qualität der Schokolade sicherstellen können. Und da spielt Bühler eine ganz zentrale Rolle. Dass wir uns auf Bühler verlassen können, dass wir ebenso in der Zusammenarbeit von Produktion und Produkt und Rohstoffe selber, dass wir da beste Qualität produzieren können und ganz viele Leute glücklich machen können mit Schokolade.